Willkommen zur Einführung in Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem und den kommenden Videos werden wir uns mit einem neuen Thema beschäftigen, nämlich der objektorientierten Programmierung. Dazu möchte ich zunächst einmal die Grundbegriffe erklären, bevor wir dann tiefer in das Thema eintauchen. Bei der objektorientierten Programmierung geht es eigentlich nicht um etwas komplett Neues, sondern um etwas, das wir teilweise schon kennengelernt haben, weil wir schon Objekte verwendet haben, ohne dass wir großartig darüber gesprochen haben. Insbesondere aber handelt es sich um eine Fortsetzung dessen, was wir uns in den letzten Videos schon angeguckt hatten, nämlich die Funktionen. Funktionen dienten uns ja dazu, dass wir komplexere Programme in den Griff bekommen, dass wir wiederholt auszuführende Aufgaben delegieren können an das, was ich immer einen Spezialisten genannt hatte. Eben eine Funktion, die eine spezifische Aufgabe erledigt und uns zudem einen Rückgabewert liefern kann. Diese Funktionen können einen Prozess abwickeln, eine Aufgabe übernehmen und benötigen dazu in der Regel Parameter, die ihnen übergeben werden müssen und sie können Rückgabewerte liefern, müssen das aber nicht tun, sondern können auch einfach sozusagen still und heimlich ihre Arbeit verrichten, ohne einen Rückgabewert zu liefern. Auch das ist mitunter sinnvoll und dafür haben wir auch schon Beispiele gesehen. Mit den Objekten treiben wir dieses Spiel sozusagen noch ein Stück weiter, weil wir mit Objekten nun nicht nur Funktionen haben, sondern auch Daten zusammen mit diesen gespeichert haben. Während eine Funktion einen Prozess kapselt, kapselt ein Objekt gewissermaßen Daten, die dauerhaft in ihm gespeichert werden können, das sind die sogenannten Eigenschaften, sowie Prozesse, letztere ganz ähnlich zu Funktionen, wobei ein Objekt über mehrere unterschiedliche Funktionen verfügen kann, die wir dann als Methoden dieses Objekts bezeichnen. Mithilfe solcher Objekte, mit ihren Eigenschaften und Methoden, können wir sozusagen unsere Welt modellieren. Natürlich sind wir dabei immer selektiv. Wir bilden Objekte der Welt nicht in ihrer vollen Schönheit, mit allem Zip und Zapp in unseren Programmen ab, sondern müssen uns immer überlegen, was die für den jeweils zu programmierenden Prozess relevanten Eigenschaften sind und welche Operationen mit ihnen ausgeführt werden können. Wir werden noch Beispiele sehen, wie wir reale Objekte auf diese Weise modellieren können, immer abstrahierend, wie gesagt, immer reduzierend. Wenn wir beispielsweise einen Produktkatalog erstellen wollen, weil wir irgendwelche Produkte verkaufen wollen, können wir diese Produkte als solche Objekte modellieren. Diese Objekte verfügen dann über ihre eigenen Daten, die sie benötigen, beispielsweise einen Produktnamen, eine Produktbeschreibung, ein Bild, eine Bestellnummer und einen Preis und auch ihre eigenen Methoden, also objektspezifische Funktionen. Das könnte beispielsweise eine Methode sein, die als Rückgabewert ein Stück HTML-Code liefert, der alle gerade genannten Eigenschaften in hübscher Form enthält, also beispielsweise mit dem Produktnamen als Überschrift und darunter einem zweispaltigen Layout, in dem links die Produktbeschreibung mit der Bestellnummer und dem Preis und rechts daneben das Bild des Produkts zu sehen ist. Auch hier haben wir wieder eine Art Delegation vorgenommen. Wir erklären einmal für die Objekte vom Typ Produkt, welche Eigenschaften sie haben und wie sie sich präsentieren sollen. Dies liefert uns sozusagen eine abstrakte Schablone, eine Vorlage, auf deren Grundlage wir dann die konkreten Produkte erzeugen können. Ob das nun Bücher oder Kameras sind, wie die Produkte heißen, über all das denken wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht nach. Wenn wir dann unseren Webshop aufbauen, in dem wir die Produkte verkaufen wollen, müssen wir natürlich konkret werden. Wir erzeugen auf der Grundlage dieser abstrakten Schablone dann die konkreten Objekte, also unsere Produktobjekte. Wir müssen die natürlich mit den erforderlichen Daten versehen. Name, Beschreibung, Preis etc. Das machen wir ähnlich wie bei Funktionen. Wir übergeben sie gewissermaßen als Parameter, auch wenn es ein klein wenig anders aussieht, als wir das bei den Funktionen kennengelernt haben. Wenn wir ein Produkt dann auf einer Webseite anzeigen wollen, rufen wir die entsprechende Methode dieses Objekts auf und müssen uns dann keine Gedanken machen, was da genau im Inneren passiert. Das Objekt weiß sozusagen, wie es sich präsentieren möchte. Was wir allerdings wieder wissen müssen, ist, was wir als Rückgabewert erhalten. Ähnlich wie der Rückgabewert bei Funktionen Bestandteil der Schnittstelle war, die wir als diejenigen, die eine Funktion verwenden wollen, kennen müssen, ist das auch bei Objekten der Fall. Wir müssen wieder wissen, über welche Methoden die Objekte verfügen, welche Parameter sie erwarten und welche Rückgabewerte sie liefern. Objekte können relativ einfache Dinge sein. In der Regel sind es aber einigermaßen komplexe Dinge, in denen wir mehrere Bestandteile zusammenfassen können. Die Eigenschaften können durchaus unterschiedlich sein. Nehmen wir als anderes Beispiel, dass wir eine Person modellieren wollen. Dann hätte diese Person vielleicht einen Vornamen und einen Nachnamen. Das wären vermutlich zwei Zeichenketten. Sie hat vielleicht noch ein Geburtsdatum. Das könnte ebenfalls eine Zeichenkette sein, vielleicht auch eine Zahl, als die wir das Datum speichern. Sie könnte vielleicht Übungspunkte im Rahmen dieser Veranstaltung erlangen. Und diese Übungspunkte sind natürlich nicht nur für ein Aufgabenblatt, sondern für mehrere zu speichern, sodass wir hier wohl ein Array benötigen, das die erzielten Punkte aller Aufgabenblätter enthält. Alle diese Dinge könnten wir zu einem Studentenobjekt zusammenfassen, das einen Vornamen, einen Nachnamen, ein Geburtsdatum, vielleicht auch eine Matrikelnummer und die Liste von Übungspunkten enthält, die der Student oder die Studentin bisher erreicht hat. In diesem Sinn ist ein Objekt, ein zusammengesetzter Datentyp aus verschiedenen solcher Eigenschaften, einer beliebigen Menge solcher Eigenschaften. Wir müssen festlegen, wie die aussehen sollen. Außer natürlich bei den vordefinierten Objekten, von denen wir schon einige kennengelernt haben. Von denen gibt es eine ganze Reihe und wir werden uns noch einige genauer anschauen. Eigenschaften sind im Grunde genommen wie Variablen. Nur hängen diese Variablen jetzt nicht mehr irgendwo im Raum, also in unserem Hauptprogramm oder in einer Funktion, sondern sie hängen an dem jeweiligen Objekt. Das Objekt selber wird allerdings dann wieder eine Variable in unserem Hauptprogramm oder einer Funktion oder sogar innerhalb eines anderen Objekts sein. Daher sind Objekte, die konkreten Instanzen, komplexe, zusammengesetzte Variablen und nicht so einfach wie eine Zahl- oder eine Zeichenkette. Jetzt möchten wir aber vielleicht in der Lage sein, den Vornamen und den Nachnamen irgendwie in einer strukturierten Art auszugeben. Nämlich zum Beispiel so, dass wir immer zunächst den Nachnamen schreiben, dann ein Komma, ein Leerzeichen und schließlich den Vornamen. Da wäre es blöde, wenn wir das jedes Mal machen müssten, indem wir immer auf das einzelne Objekt zugreifen. Das könnten wir so machen. Aber wenn wir uns dann irgendwann entscheiden, die Namen doch lieber anders auszugeben, müssten wir das an den einzelnen Objekten ändern und dazu auch immer wissen, wie das Objekt in seinem Inneren aufgebaut ist. Wir können stattdessen aber auch so vorgehen, dass wir kurzzeit eine Methode für das Objekt schreiben und diese Methode sorgt dann dafür, dass der Nachname in der gewünschten Form ausgegeben wird. Auch da werden wir noch Beispiele kennenlernen, wie man das macht. Wir können Methoden in dieser Weise nicht nur für die Ausgabe anwenden, sondern wir können sie an ganz vielen Stellen benutzen. So könnten wir beispielsweise eine Methode schreiben, die die Gesamtpunktzahl der erreichten Übungspunkte berechnet, wenn wir die Punkte der einzelnen Aufgabenblätter, wie eben beschrieben, in einem Array als Eigenschaft des Objekts gespeichert hätten. Dann könnten wir eine Methode schreiben, die uns diese Punkte summiert und die Summe als Rückgabewert liefert. In dem Sinn hätten wir dann eine Funktion, die diesen Objekten zugeordnet ist. Es gibt unter diesen Methoden immer eine ganz spezielle Methode. Das ist der sogenannte Konstruktor. Der erzeugt das Objekt. Der Konstruktor konstruiert. Ich hatte eben gesagt, dass wir zunächst einmal ja nur die abstrakte Schablone, die Vorlage, den Bauplan für unsere Objekte erstellen. Wenn wir dann Objekte dieses Typs oder dieser Klasse, wie man auch dazu sagt, verwenden wollen, müssen wir die konkreten Objekte erzeugen. Um also aus dieser Schablone, diesem abstrakten Objekt, ein konkretes, ein reales Objekt zu machen, indem wir dann tatsächlich den Namen eines konkreten Studenten beziehungsweise einer konkreten Studentin speichern können und alle die weiteren Daten, die wir da eben angesprochen haben, müssen wir eine Instanz dieser Klasse erzeugen, indem wir den Konstruktor der Klasse aufrufen. Die Instanz ist also das fleischgewordene Exemplar einer solchen Klasse, das konkrete Objekt, das wir dann erzeugt haben. Wir haben gewissermaßen die Schablone einmal gestempelt und können sie nun ausfüllen. Dort kommt dann der Name eines bestimmten Studenten hinein und wie gesagt, die Punktzahl oder was auch immer wir speichern wollen. Auch dafür werden wir uns noch Beispiele anschauen. Der Begriff Objekt wird häufig ein bisschen gemischt verwendet. Manchmal verwendet man ihn für die Klasse, manchmal für die Instanz. Ich bemühe mich immer um klaren Sprachgebrauch, aber in der Regel wird klar sein, worüber wir reden, wenn wir einfach nur vom Objekt reden. Wenn es nicht klar ist, werde ich das aber immer deutlich machen. Hoffe ich zumindest. Wir haben tatsächlich schon Objekte verwendet. Eines davon war das Document-Objekt, mit dem wir ganz normal gearbeitet und mit document.write etwas in unser HTML-Dokument ausgegeben haben. Dieses Document-Objekt existiert immer. Das ist eine Spezialität von JavaScript beziehungsweise von JavaScript, das im Webbrowser ausgeführt wird, muss ich richtigerweise sagen. Dieses Document-Objekt ist immer schon da. Deshalb müssen wir uns nicht um dessen Erzeugung kümmern und es auch nicht deklarieren. Es gibt da ein paar solcher vordefinierten und automatisch deklarierten Variablen, wenn wir JavaScript im Webbrowser verwenden. Das ist ein bisschen komisch, soll uns aber nicht weiter irritieren. Das andere Objekt, das wir schon kennengelernt haben, war das Array. Das Array ist tatsächlich, auch wenn ich das bislang verheimlicht habe, ein zunächst abstraktes Objekt. Abstrakte Objekte schreibt man üblicherweise mit einem Großbuchstaben am Anfang. Ich hatte zu Beginn unserer Beschäftigung mit JavaScript schon erwähnt, dass wir Variablen üblicherweise mit einem kleinen Buchstaben beginnen lassen und dass es dafür einen Grund gibt. Hier ist er nun. Wir haben, wenn wir document.write geschrieben haben, document immer klein geschrieben, denn das ist das konkrete Dokument, die Webseite, auf der unser Programm ausgeführt wird. Im Gegensatz dazu ist document mit großem D am Anfang das abstrakte Objekt. So sehen wir das auch hier bei dem Array. Mit einem großen Buchstaben beginnend deutet es darauf hin, dass es hier um ein abstraktes Objekt handelt, um eine Klasse. Und diese Klasse müssen wir instanziieren, also ein konkretes Objekt daraus machen, wenn wir ein Array verwenden wollen. Hier unten auf der Folie sehen wir das auch noch einmal in einem Beispiel. Wir deklarieren mit let eine neue Variable. Diese Variable habe ich hier ar genannt und der Name ist wie immer Schall und Rauch. Dann kommt das Gleichheitszeichen, dann das Wörtchen new und dahinter der Name der Klasse des abstrakten Objekts, der deshalb großgeschrieben ist, weil es eben eine Klasse ist und zwar eine vordefinierte. Genauso haben wir das auch schon mehrfach verwendet. Dahinter kommen die runden Klammern, zu denen ich an dieser Stelle bislang auch noch nichts gesagt hatte. Was hier passiert, ist nun Folgendes. Das new teilt unsere Ausführungsumgebung mit, dass nun ein neues, konkretes Objekt erstellt werden soll. Und zwar von der Klasse, die dahinter benannt ist. Hier also Array mit großem A. Zu dem Zweck wird hinter den Kulissen gewissermaßen, deshalb konnten wir das einfach so hinnehmen, aber nun können wir verstehen, was hier passiert, der Konstruktor dieses Objekts aufgerufen. Ein Konstruktor ist, wie wir eben erfahren haben, eine Methode und Methoden sind im Grunde Funktionen. Funktionen und damit auch Methoden und damit auch die spezielle Methode des Konstruktors benötigen immer eine Parameterliste, die in runde Klammern geschrieben wird, auch wenn die Liste, wie in dem Beispiel hier, leer sein kann. Im Grunde findet hier also ein Funktionsaufruf statt und deshalb braucht es hier die runden Klammern. Mit New und dahinter dem Namen der Klasse erzeugen wir also eine konkrete Instanz eines Objekts dieser Klasse. Hier also ein Array namens AR. In der Sprechweise, die wir gerade gelernt haben, ist also AR eine Instanz der Klasse Array. Wir hatten schon gesehen, dass wir dem Konstruktor Parameter übergeben können, mit denen das Array direkt befüllt wird. Aber wir können die Liste auch leer lassen, wie ich das hier getan habe. Um zu wissen, was als Parameter übergeben werden kann oder sogar muss, erfordert es wieder einmal einen Blick in die Dokumentation von JavaScript. So können wir nun beliebige Objekte erzeugen, die schon vordefiniert sind. Wir können auch eigene Objekte definieren. Das wird dann die nächste Stufe sein, die wir uns im übernächsten Video zuwenden werden. Im Augenblick kümmern wir uns erst einmal nur um Objekte, die es in JavaScript schon gibt. Wenn Array nun aber ein Objekt ist, dann könnte es ja sein, dass dieses Ding auch Eigenschaften besitzt. Und tatsächlich haben wir schon eine solche Eigenschaft kennengelernt. Eigenschaften, so hatte ich gerade gesagt, sind gewissermaßen Variablen, die an das Objekt gekoppelt sind. Teilvariablen, wenn man so möchte. Beim Studentenobjekt, wie eben beschrieben, wäre das so etwas wie der Vorname und der Nachname des konkreten Studenten und alle die weiteren Daten. Über welche Eigenschaften ein Objekt verfügt, wird in dieser Schablone festgelegt, in der abstrakten Klasse. Bei den vordefinierten Objekten müssen wir uns darum nicht weiter kümmern. Bei den Objekten, die wir selber erstellen, werden wir das noch müssen. Im Augenblick haben wir, wie gesagt, nur vordefinierte Objekte, mit denen wir uns beschäftigen. Und für das Array hatten wir schon die Eigenschaft Length kennengelernt, hatten dies nur bislang nicht als Eigenschaft bezeichnet. Wir hatten uns schon darüber gewundert, dass da dieser komische Punkt zwischen dem Namen des Arrays und Length steht. Das ist der sogenannte Punktoperator, der es uns ermöglicht, auf Eigenschaften eines Objekts zuzugreifen. Ar ist das konkrete Objekt, das wir hier jetzt vorliegen haben, die Instanz der Klasse Array. In der zweiten Zeile dieses Miniprogramms ist der Konstruktor dieser Klasse einmal mit Parametern aufgerufen worden, so dass dieses Array direkt mit den vorgegebenen Werten 1, 2, 3 befüllt wird. Wir erzeugen also hier zunächst einmal eine Instanz AR der Klasse Array. Das ist das, was wir auf der letzten Folie schon gesehen haben. In der nächsten Zeile greifen wir jetzt über den Punktoperator auf die Eigenschaft Length des konkreten Arrays AR zu. Das abstrakte Objekt hat natürlich keine Länge, denn es ist ja nicht befüllt, es ist ja ein abstraktes Objekt. Das konkrete Array, das wir hier haben, ist aber befüllt, nämlich genau mit diesen drei Werten, die wir in der Zeile zuvor an den Konstruktor übergeben haben. Und daher können wir uns jetzt die Länge dieses Arrays angucken und beispielsweise hier einmal ausgeben. Ich habe die Länge hier spaßeshalber einmal zunächst in einer Variablen gespeichert, die ich Länge genannt habe und gebe den Wert dieser Variablen dann mit Alert aus. Da wird dann natürlich 3 ausgegeben, weil wir drei Elemente in dem Array haben. Das Array sorgt dafür, dass diese Eigenschaft Length immer aktuell gehalten wird, wenn wir neue Elemente in das Array einfügen. Das haben wir auch schon ausgenutzt. Wie man neue Elemente in ein Array einfügt, haben wir auch schon gesehen. Und damit sind wir dann auch schon bei den Methoden. Methoden sind, wie eben schon gesagt, quasi Funktionen, die an Objekte gekoppelt sind. Wir verwenden sie praktisch in der gleichen Weise, wie wir das mit Eigenschaften tun. Nur müssen wir auch hier wieder, weil es sich bei den Methoden im Grunde um Funktionen handelt, immer die runden Klammern dahinter schreiben. Wir sehen hier ein Beispiel, wie wir wieder ein Array zunächst erzeugen. Let Ar gleich New Array 3.1.2. Das Array wird hier also befüllt mit den Werten in dieser Reihenfolge 3, dann 1, dann 2. Ar ist somit wieder eine Instanz der Klasse Array und dieses Objekt ist nun befüllt. Wir hatten auch schon gesehen, dass man ein Array einfach mit Hilfe eines solchen Alerts ausgeben kann. Nicht schön, aber es funktioniert. Warum das klappt, ist noch ein bisschen geheimnisvoll, aber das Geheimnis dahinter werden wir auch noch lüften. Dann werden uns die Inhalte so angezeigt, in der Reihenfolge, wie sie im Array gespeichert sind. Jetzt gibt es eine Methode, da muss man, wie gesagt, in die Dokumentation schauen, um zu wissen, welche Methoden es gibt. Und das habe ich natürlich getan und festgestellt, da gibt es eine Methode namens Sort. Also eine vordefinierte Methode der Klasse Array zum Sortieren von Elementen. Die kann ich jetzt auf unser konkretes Array anwenden. Und was macht die? In der Dokumentation von JavaScript steht geschrieben, dass diese Methode die Elemente innerhalb des Arrays, für das die Methode aufgerufen wird, sortiert. Die Elemente stehen jetzt also aufsteigend sortiert dort. 1, 2, 3. Und wenn ich mir das Array jetzt ausgeben lasse, stelle ich fest, dass auch genau das tatsächlich passiert ist. 1, 2, 3. So stehen die drei Zahlen also jetzt in unserem Array gespeichert. Wir hatten auch noch eine weitere Methode kennengelernt. Auch da hatten wir gar nicht darüber gesprochen, dass es eine Methode ist. Das war die Methode Push. Wir konnten für ein Array die Methode Push aufrufen, könnten hier also zum Beispiel ar.push schreiben und dahinter in runden Klammern einen Wert angeben, der dem Array hinzugefügt werden soll. Dann würde dieses Element hinten an unser Array angefügt werden. Push ist also, wie wir jetzt gerade gelernt haben, eine Methode der Klasse Array. Jedes Array verfügt über diese Methode und somit können wir diese Methode ohne weiteres verwenden. Das war ein erster kleiner Einblick in die Grundbegriffe der objektorientierten Programmierung. Wir haben einige wichtige Begriffe kennengelernt. Zunächst einmal das Objekt selber, dann den Begriff der Eigenschaft, den Begriff der Methode, den Begriff der Instanz und den Begriff der Klasse. Zu guter Letzt kam dann noch der Begriff des Konstruktors hinzu, als eine spezielle Methode, die wir immer aufrufen müssen, um ein konkretes Objekt zu erzeugen. Im nächsten Video werden wir uns dann die beiden vordefinierten Objekte einmal genauer anschauen, die wir schon kennengelernt haben, nämlich das Document und das Array-Objekt. Wir werden dann noch einmal ein paar Methoden ansehen, über die diese Klassen und damit die Objekte verfügen. Danach werden wir uns damit befassen, wie wir eigene Objekte definieren können. Das werden also unsere nächsten Schritte sein. Tschüss, bis zum nächsten Video.